Jo, das war's ja. Wir machen heute Grauen der Lichtschwinsternis auf. Vier Booster von Grauen der Lichtschwinsternis und vier Booster von der Erweiterung von Kampfstile. Und wir fangen an mit dem Booster von der Erweiterung von Kampfstile. Piranhas sind das. Also Piranha. Letztes Mal hab ich's in irgendeinem Video nicht gewusst. B-Boer. B-Boer in Holo. Der macht seine Attacke. Noch mal eine Holo. Und das ist der mit dem Lauch. Die Reine Vogel mit dem Lauch. Oh, wie süß. Noch mal eine Holo. Und das ist das. Er muss schnell wegdrehen, oder er trainiert, wieder an der Hohlo. Jetzt machen wir grauen der Lichtfinsternis auf. Und noch mal eine Hohlo. Der ist nachts unterwegs und guckt im Nachthimmel. Oh, ich glaube, wir haben was. Aber vielleicht auch uns wieder nicht. Evoli. Nochmal eine Hohlo. Okay. Vielleicht haben wir jetzt sowas. Froggy? Heißt der? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ich richtig hab, wie der heißt, Froggy. Ich bin wütend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und ein Like und da werde ich mich sehr freuen und tschau.